So, neuer Versuch. Da haben wir wieder Guardians, ein Herald und ein Crusader tatsächlich. Shit! Oh ja, verziehe ich mal. Klingt's. Irgendwer hätte er sich wehren können. Und fliegt dann wieder zusammen. Um. Troller. Mhm. Okay, ich kriege ein Clings auf der Offlane. Ja. Ja. Ja genau, das ist halt wieder. Es ist okay. Troll ist halt ein Problem. Boah. Also Clings mit. Troll Offlane. Troll Offlane. Troll Offlane. Troll Offlane. Troll Offlane. Oder Thousand. Troll Offlane. ñasiger. Okay, das ist gut. Witch-Doktor ist harassment mäßig ziemlich gut. Ich denke, der Fusel-Zepter ist auch im Bild. Ich denke mal in dem Fall ist Invis ganz gut. Das ist okay, wenn Klings den Orchid hat oder mal mit mehreren gejumpt wird. Hat man eventuell Browser. Klumpige Browser. Noch mehr klumpige Browser. Hm. Hm. Ja, der ist auch tot. Ja, klar. Ah, shit man, den Ring brauche ich auf jeden Fall. Shit. Hm. Hm. Sehr schön. Ich glaube ich brauche einen direkten Healing Ward. Sicher ist sicher. Ja. 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 Nein. ein Observer, der nix bringt. Machen wir ihn mal nützlich. Shit. Sehr nett. Ich werde den Last-Hit bekommen. Ich verliere gegen Klinks ein Last-Hit-Duell. Ich werde den Last-Hit-Duell. Ich werde den Last-Hit-Duell. Der ist schon auf halbem Reweg. Doof. So. Bang it. Der Pult. Habe ich erst mal einen Moment Luft. Oh. Ich habe keinen Mana, verdammte Axt. Shit. As you wish. Your middle tower is taking a drop in. Every coin helps. It's an honor. Ugh. Ugh. Oh. Es war nicht so. Es war nicht so. Shit. Das ist gut. Ah, dang it. Mana, so wichtig. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Dann läuft's besser. So. Ich bräuchte ein paar Last Hits. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Oh, ich bin so cool von da. So... wir haben da unten jetzt die zeit ihres lebens so wie es aussieht troll ja gut troll gegen viper ist natürlich auch ein matchup das willst du nicht unbedingt haben oh shit man neun minuten aquila und dinks ja und boots das hilft die der Wir wissen, dass wir die Klingel haben. So. 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 . . . . . Das ist heftig. Da rein wäre am besten. Das ist doch kein Problem, mein Freund. Ah ok, look at this. Nein! Tut mir leid, ich habe leider nichts mehr im Tank. I got everything on cooldown and low mana, so not the best idea. Ja. 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 13 Minuten. Wow. Shit. Oh, fuck! Nice! ...germinating performance. Hello, this is Gabe Newell. Thanks for playing Dota 2. Double kill. Wow, look at these girls. Mega kill. More than two kills, but less than four kills. What target? Your middle tower is a- Dash! Dire structures are fortified! They're trying to break your middle tower. A fine idea. Shit. Your middle tower has fallen. I've seen tadpoles put up more fights. Your middle tower is taking a dropping. What's this? Shadaya fortified their structures? Your middle tower is under a tower. Vouchy! Die sind alle in der Mitte. Already moving. Now we are moving. Now we are moving. Not yet. A fine idea. A fine idea. Aaaaaaahhh. It's an honor. LOVE! NeEEEEIN! Never! main! Ahh. IT'S WEairocana! ALREADY MOVIEM! WEAVOUS! BUM- AND udos! E's NATION. GREENERAN! Das war so was mal nicht gut. Na, das war was gegen Krings. Sinn. Woaah, ok. Goldreiten. Ja, ich habe einen Dederlater. Oh, shit! Oh, shit, 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 shit. Der Ward hat uns noch am Leben gehalten. Eine ganze Weile, aber... Oh, meinst, mal meine Battlefield für ein bisschen Damage. Den haben wir auch schon ordentlich bearbeitet gehabt. Ja, nehmann, wipe out of us. Woa... Ohhhh Shit man Ahhhh Kings kill das Ahhhh Ahhhh Boah, Mann, ist das dein Ernst? Ah, Mann. Kling, Steam, Kleiner. Vielleicht hat das... das nervt. Wow. War da nichts dabei gewesen. Oh, shit, Mann. Oh, Joel, ist der reingegangen? Ja. Ja, uh, something bad is happening to your top tower. As you wish. Your top tower is under attack. Mhm. Aha. Klappt nix. Komm schon, mann. Okay. What the? Onward. Yes. Onward. Ah. Alleine ist das ein bisschen schwer. Ja. Okay. 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 I got you. They're unstoppable. Double kill. I got you. I got you. This is for me. Da ist unsere Mitte. Das fällt dir aber früh ein, du... Oh, unglaublich. Oh, for God's sake. Oh, for God's sake. Oh, mann... Ein Problem nach dem anderen. Troll klinks... B.A. Reine Fresse. Battle Fury überspringen. Boah, ich bin 100 Last Hits hinten dran. Unglaublich. Wir haben so wenig Vision. Ist natürlich alles leer gefarmt. Toll. Ich hab scheiße, nochmal nichts zum Farmen. Zeit, um sterben. Es ist Zeit. Eine gute Idee. Unsere Bladen hat es besser gefühlt. Hm. Es ist schon voran, aber es ist halt... Es braucht mittlerweile mehr als ein Level... Ja, aber ich hab... Ja, aber ich hab... Oh... Shit, Mann. Gottverdammter Bäscher, im Ernst? Gottverdammter Bäscher. Immer noch das Aegis. Wo... wo ist Viper mit seinem Farm? Der ist Level 17. Der müsste einziehen, der momentan... was ist ein pass? Der muss man, wenn man so ungefähr ist. Wir haben mit dem Kommen. Das ist schon vorgelegt! Wenn die Kommen sind. Aber ich habe mit der Kommen. Ach. Wenn ich sie niche schön sehe. Wir haben mit der Kommen. Der Mark von Bänien ist geschlossen. Wir haben wahrscheinlich hier gefarmt. Ja, gar nicht erst versuchen. Ja, aber was wollen wir denn damit machen? Fuuuuuuuuuuuck, ahhhhhhh, shit man. Nein, gott. Ahhhhhhhhhh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017